Oh Gott, Stenzel, Alter. Jetzt, Ball kommt ganz durch, Pfosten. Hier hättest du 100% einen Unschieden verdient gehabt. Zu 100%. Aber Matchglück hat heute leider Nein gesagt. Boah, schön Silas. Abschluss, Junge. Die Davi, nein, den hält er. Ja, Silas. Nee, Abseits. Abseits Silas, das will ich nochmal sehen. Das war richtig stark von Silas erstmal durchgesetzt über links unten. Dachte ich eigentlich auch, den kann er selber abschließen. Er legt ihn auf die Davi. Das ist kein Abseits, Bruder. Zumindest unten ist es kein Abseits, zumindest unten nicht. Vielleicht ist es oben im Oberkörperbereich Abseits gewesen, aber unten war es zumindest schon mal keins. Das ist wieder eine absolute Millimeterentscheidung. Das können wieder eine Minute, zwei dauern, bis wir das rausgefunden haben. So, wir schauen nochmal. Da schießt die Davi. Bruder, das ist für mich eigentlich kein Abseits. Also, wenn das Abseits war, dann war es so ein Gommes Abseits. Dann war es so ein 2 Millimeter Abseits, wenn es überhaupt eins war. Aber das ist, das ist für mich... Ja, zählt! Sehr schön, Mann! Geil! Früher Treffer, schneller Start, 8 Minuten, 1 zu 0. So gefällt mir das doch. Sehr schön. Oh, langer Ball von Freiburg. Der ist nicht schlecht. Flanke kommt von Günther, die ist auch nicht schlecht. Jung! Da ist der Ausgleich für Freiburg. Das ging eindeutig zu einfach. Aber es geht ordentlich los hier, ne? Die Mannschaften sind bekannt dafür, dass viele Tore fallen. Und so geht es auch los, 1 zu 1 nach 14 Minuten. So, Ecke. Die kommt ganz nach hinten durch, Jesus Maria Pfosten. War aber auch so ein spitzer Winkel, dass er den gefühlt nicht reinmachen kann von da. González! Abschluss gehalten vom Keeper, vom Müller. Aber das war ein schöner Ball von Anton. Raus, Koulibaly, der kommt hin. Legt ihn ab auf González. Auf Höhe vom 16er. Zentral. Und dann ist der Abschluss halt nicht platziert genug. Aber wieder mal seit langem ein Abschluss von uns nach vorne. Also ein ernsthafter Abschluss von uns nach vorne. Oh Gott, Stenzel, Alter! Oh Gott, Stenzel, Mann! Das nächste Tor verschuldet nach dem Spiel gegen Gladbach. Langer Ball, der hüpft lange, spielt mit der Hacke durch. Und dann verkackt Stenzel komplett. Und Jung kann frei abschließen vor Kobel. Macht das 2 zu 1. So, González, stark. Langer Ball auf Silas. Komm, Tempo, Tempo. Geh in den 16er. Ey, Elfmeter! Ja. Ja. Schiedsrichter 5, Elfmeter. Für uns. Silas. Läuft einfach geradeaus auf Haberauer drauf. Will vorbei. Der dabbt ihm drauf. Natürlich. Sehr schöner Ball von González runter. Silas einfach Tempo in den 16er rein. So ähnlich war auch schon die Entstellung von 0 zu 1. Jetzt González hat die Chance, quasi mit dem Halbzeitpfiff auch seinen 8. Elfmeter am Stück zu verwandeln. Jetzt kommt González auf. Er hält ihn! Jetzt verschießt González seinen Elfmeter. Was ist das denn? Äh, der war echt nicht gut geschossen. Der war echt nicht gut geschossen, der Elfmeter. Die Dabi-Flanke. Ja, Castro! Stark gehalten den Schuss. Silas zurück auf Mangala. Nochmal Abschluss. Und den hält er nochmal. Das gibt eine Ecke. Jetzt sind wir mal nach der Halbzeit direkt dabei. Sonst meistens der Gegner mit ein paar Chancen nach der Halbzeit sind wir direkt dabei. Ja, schön. Die Dabi-Abschluss. Oh Gott, Mann, González, da muss mehr draus werden. Die Dabi, schön durchgesetzt. Na, González, wirklich richtig ordentlich Platz. Und der war wirklich kläglich vergeben, der Schuss. Wirklich 10 Meter schräg vorm Tor. Der muss halt wenigstens aufs Tor kommen. Schön. Ordentlich Platz für Mangala. Flanke! Kommt, der muss rein! Was? Silas bleibt noch da. Der Ball war ja gefühlt zweifach auf Bela. Und den Ball noch irgendwie drei Meter vom Tor über die Linie drücken. Aber das Ding ist halt einfach irgendwie doch nicht rein. Die Szene müssen wir gleich nochmal gucken in der Wiederholung. Jetzt, die Szene nochmal. Schöne Flanke. Oh, den hält der Keeper. So war das. Mafropanus krätscht und der Keeper liegt halt genau im Weg. Junger Vater. Wie er den wieder hält. Das war wieder eine ähnliche Parade wie damals von Ortega. Das ist gefühlt im Normalfall 2 zu 2. Das wird ein Anstürmen von uns und halt gleichzeitig hin aufpassen, dass du nicht durch irgendeinen Kontos 3 zu 1 fängst. Klimovic, komm. Links müsste, glaub ich, jemand mitlaufen. Er macht's alleine. Abschluss! Schießt doch einfach! Das gibt's nicht mal. Klimovic hat wirklich diesmal original einen Schritt zu viel gemacht. Das war wirklich ein Schritt zu viel von Klimovic. Oder genau ein Schritt zu viel war's. Setz dich stark durch. Dann muss er einfach abschließen. Dieser macht auch diesen einen Schritt zu viel und deswegen kann der Freiburger reingrätschen. Mal vor Panus. Langer Ball hoch auf Tommy. Der nimmt ihn gut runter. Jetzt. Ball kommt ganz durch. Pfosten! Genau das meinte ich gerade mit Matchglück. Tommy spielt einen scharfen Ball rein. Keiner kommt mehr hin. Das Ding geht an den Innenpfosten und raus. Genau das meinte ich mit Matchglück. Ne? Vor 2-3 Wochen fliegt so ein Ding vielleicht noch rein. Jetzt halt nicht. Das meinte ich mit Matchglück. Clement. González. Nein! Ja. Pfosten. Aus dem Pfosten. Gut drin gehalten ist das Ding da drüben. Weiß nicht, ob es Clement war oder wer ihn drin gehalten hat. Aber auf jeden Fall gut drin gehalten. Und dann wieder. Ich bleib dabei. Matchglück. Der Ball geht an den Pfosten. 5 Minuten Nachspielzeit. Komm Jungs. Wir sind gerade so am Drücker. Das 2-2 wäre so verdient. Bisschen arg weit die Flanke. Und Tommy kriegt ihn an die Hand. Und das wird es gewesen sein. Ja. Abpfiff. Wir verlieren mit 2-1 gegen Freiburg. Wie es der Kommentator gesagt hat. Etwas glücklich. Jetzt nicht krass unverdient. Aber etwas glücklich. Etwas schmeichelhaft. Was mir eines Tages gefehlt hat leider war halt Spielglück. Spielglück. González macht auf einmal zum ersten Mal seit 8 Elfmetern oder seit 7 gemacht. Und jetzt den achten macht er auf einmal nicht rein. Dann hält der Keeper da kurz vor Schluss nochmal ein riesen Ding gegen Mavropanos. Also Freiburg Keeper im Stile von Ortega gegen Kalajic. Letztes Spiel. Zwei Pfostenschüsse am Ende. Du wirst eines Tages wieder von der Chancenverhältnis mindestens gleich sein. Wenn nicht sogar besser gewesen sein. Und deren Unschieden hättest du hier zu 100% verdient gehabt. Aber da hat heute einfach wieder das Matchstück gefehlt. Aus 2-1 von Freiburg. Wenn der Schuss von Stenzel, äh von Stenzel von, von Kempf nicht abgefälscht ist. Dann kriegt den Kobel direkt in das Gesicht und hält ihn damit quasi. Ne? Du hast jetzt zu leicht die Tore gefangen. Elfmeter darf natürlich auch gerne reinmachen. Hätte vor der Halbzeit noch viel gebracht. 2-2 vor der Halbzeit wäre natürlich wichtig gewesen. Auch psychisch. Aber sich nicht aufgegeben. Weiter gut gespielt. War jetzt kein Spiel, wo man irgendwie sich komplett aufgegeben hat. Oder irgendwie auf einmal richtig schlecht spielt. War ähnlich wie in Bielefeld. Ähnlich wie in Bielefeld, wo du auch in Unschieden oder von Chancen her genau gleich warst. Hier in Freiburg hättest du in Unschieden noch mehr verdient gehabt als in Bielefeld noch. Silas und González haben vor allem sehr, sehr gut getan, dass sie dabei waren. Hier hättest du 100% Unschieden verdient gehabt. Zu 100%. Aber Matchglück hat heute leider Nein gesagt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017